hallo hallo hier ist wieder Ganylind und ich bringe euch eine neue Runde von Plants vs. Zombies und für heute fange ich an zu campen mit einer Tankaktere ja die ist eigentlich gut zu campen aber ich bin eigentlich nur schlecht glaube ich so, ach hier haben wir, guck mal wir treffen gar nicht, doch jetzt, jetzt ist er tot so und zu den ersten Kill ein armer Ingenieur mal sehen wie lange ich hier bleiben kann weil irgendein schlauer Soldat wird jetzt mehr kommen und so das ist irgendwie, ich muss erst einmal mich anspielen, weil das bleibt irgendwie nicht am Anfang dann, oh, natürlich, von hinten, ja, warte, warte, warte ich hole Butter, so, ähm, nochmal, ich spiele immer noch das, ich möchte Kopfschüsse machen ja, ja, so, äh, da ist einer, der versucht irgendwie das zu überleben, nein der macht das nicht der ist tot wir gehen hier rein und lassen wir ein paar Kartoffelnmini zack, zack hier ist ein Old Star haha der macht jetzt Deckel bestimmt na, weil er nicht hat nein so, wir haben uns geholt äh, uns geholt, ja, gut war die Rache also, im Nahkampf mit einer Tarnkaktelle, das ist äh, schwierig so ups, ja ja, hier ist dieser Old Star das haben wir aber so locker verloren ich bleib hier am Camping wie ein Mann hm so ich treff ihn gar nicht, ich bin so schlecht ah, da ist einer auch nicht getroffen den vielleicht ja, der, der, der den kann ich treffen hoffe ich ja, haben wir uns geholt das ist schon gut hier ist ein Old Star oh, guck mal so schön da der ist meiner oh, die Feuerkaktelle ich hatte die meisten Schaden gemacht und dann kommen diese Feuerkaktelle und kommen wir einfach hin Kiel war nicht mehr runtergefallen so, der ist tot das war gut bin ich stolz darauf ups weg 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 von hier Nahkampf ok das war kein Nahkampf, aber wir haben gewonnen ja 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 so ich habe gesehen, dass sie nur an campen das ist jetzt eine gute Arbeit für uns als Tankerzelle so hier werden Camper-Fans ist denn erst mal die Drohne da oben genervt vor allem wenn man ein Schnapper ist eins, zwei oh nur zwei gereicht gereicht so äh Camper, ein Camper, ein Camper da sind ein paar da ah, da ist einer und nicht getroffen da ist einer, da ist einer da da sind viele nicht einer du bist gleich tot man versteckst mich so man natürlich kommt der Allstar hier und er ist tot weil er ist am respawn und der ist gleich K.O. nice wir wurden erwischt oder gesehen und ja und wieder durch und haben wir ihn getötet nein, haben wir ihn so jetzt, es ist keine gute Idee jetzt Tankkaktelle wieder zu spielen weil wir müssen hier in Nahkampf werden deswegen nehme ich eine Jahre Kaktelle so go 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 oh haben wir ein Ziel so, das müssen wir feiern oh la la so oh da ist schon einer da ist aber fleißig man lassen wir hier ein so ein Ding da ist aber der ist aber fleißig man 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 hier kommen jetzt Allstars warum hier der hat uns gerade getötet gut der ist meiner gewesen so ah 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 da kommen wir ins Meer hier hier lasse ich eine Kartoffeln bin falls einer springen will und ich könnte schon theoretisch nicht kämpfen meiner ist meiner ist meiner ja meiner das ist ein guter Platz hier äh nur eine Kanone könnte uns töten oder wie heißt das diese Rakete meine ich hopp da ist ein Ulster 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 meine 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 komm du bist mein du bist mein du bist mein ok der ist nicht mein jetzt kaputt hier kriegen wir ein bisschen Geld hat uns einer erwischt da wieder ein bisschen Staub zu nehmen aber achten 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 äh ist auch eine komisch aus siehst du auch eine verstehe der mein hat jetzt mein umgebungsschaden kommt umgebungsschaden ja darauf hatte ich gedacht das habe ich gedacht dass eine Rakete kommt und mich einfach tötet hallo so jetzt hier sind ein paar Leute die mit uns reden wollen die wollen mit uns reden die wollen mit uns reden so äh wir machen gut unseren Job oh ja das gab's hier ist jetzt gut aufgepasst oder ja also da ist schon einer ich sehe nicht oh 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 ja noch einer geholt ok das ist nicht problematisch wir müssen zwischen die Augen schießen oder äh die Füße ja vielleicht die Füße einfach ok der ist dort ok da ist einer jetzt der macht Party oben und macht die Blume kaputt und keiner merkt das natürlich die mache ich nicht da ist einer oben ich sehe einer wo ist der wo ist der hier gewesen hier hier ist noch einer meiner meiner ja da kommt noch einer bisschen mehr der will der will gar nicht mit mehr kämpfen der will die Blume kaputt machen ne sieht mal einer oh da ist der der hat uns gerade getötet glaube ich ok wir verlieren den Kampf ja da ist er ok na gut es ist besser dass er an kämpfen ist statt dass er die Blume zur Blume kommt und kaputt und die kaputt macht was machst du denn hier was machst du denn hier ich bin gerade vor ein äh allstar respawn ok nein ich weiß nicht ist die ist die ähm schnappe jetzt Anfänger gewesen ein Anfänger oder hat es automatisch den Mund aufgemacht hier haben wir noch ein paar Bombe Bombe hier und das kommt her und wir haben gewonnen ja die war fast kaputt aber ist nicht kaputt gegangen aufsala Kontrolle runtergefahren So, Sechsten Kills, wir sind, äh, glaube ich, in der einen zweiten Map reingedirnt und trotzdem haben wir gut gemacht, ja, das war super. Jetzt warten wir noch, äh, damit die Warte, die Wartung oder das Warten nicht so langweilig, kaufe wir uns diese neue Facts von Halloween, ich liebe diese, äh, diese Frankenstein hier, Frankenstein, die sehen so süß aus, also ich kann es mir leisten, ne, ich habe ganz viel Geld und das ist, glaube ich, nur bis Ende des Monats da, oder keine Ahnung, deswegen muss man kaufen, 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 also und für Weihnachten kommen das auch, also kommen jetzt, äh, kommen werden, äh, Weihnachten, äh, Packs kommen und dann sind denn neue, äh, Outfit Sachen, ne, Klamotten und so, und auch Pflanzen, so, ja. Es gibt, glaube ich, ein Zombie mit, der auf dem Kopf ein, ein Huhn hat oder keine Ahnung, irgendwas, ja, glaube ich, weiß ich nicht. So, jetzt, äh, wir sind jetzt da, wo diese Gurke ist und wir sind Zombies, wir müssen die, äh, Knöpfe drücken und, damit diese Gurke unsere, äh, Labor nicht kaputt macht, ja, oder so. So, ich nehme Palindologe, wo ist er? Hier. Achso, irgendwie, ja. Ist okay. Ich habe noch was vergessen, ich wollte da was ändern, aber, ist schon okay, soll ich es ihm mit einem Halloween-Halloween-Halloween-Halloween-Halloween-Halloween-Halloween-Halloween-Halloween-Halloween-Halloween. Und hier ist ein Camper, der ist unsichtbar nachher uns, aber ich kann auch seinen Kopf sehen. Der ist gleich tot. Der ist tot. So, er ist ein Kill. Also, Zombie. Eine arme, äh, Gift, äh, das war eine. Eiserbse, glaube ich. So. Was ich hier mag, als Wissenschaftler, klettern. Das hat nicht geklappt. Oh, und Tänze, oder? Oh, okay, wir wurden erwischt. Hauen wir ab. Machen wir hier noch eine, so. Heilung-Sombie. Na, ist jetzt ein Camper da. Die Feuer-Apps, die mir anderen Fangschaden zugegriffen haben. So, eine Bombe da, und jetzt stirbt. Das ist gefährlich, was wir gerade machen, weil von hinten kommt ein Schnapper, so wie hier. Okay, das tut es, ich hau hier ab, wie ein Mann, weil ich war am Spawn von Pflanzen. Und das ist nicht sehr gefährlich. Und das ist sehr gefährlich. Okay, komm, hier kommt ein Schnapper. Klickchen-Kieb. So, nochmal ein Heilungs-Sombie für uns. Wir brauchen das. Ähm, hohen. Da ist ein Kämpfer. Wir haben eine Plasma-Apps hier, glaube ich. Treffen sie dann. Gut versteckt. Äh, also, da ist die Stärkung. Ey, ich meine die Feuer-Apps. So, bitte. Heilung für unsere Kollegen. Oh, ne Schnapper, da. Und weg von hier. Die war so langsam. Ah, das ist okay. Die war aber schlau. Aber nicht genug schlau. Ich habe hier Angst, in die Mitte zu laufen, weil die verspäckten sich manchmal. Katrin. Und ich bin nur am Kämpfen. Äh, hoh. Verbreitung hier. Mann, nein. Okay, schnapper, da. Natürlich. Hab so, der gespuckt und dann... ...weggelaufen. Weil der weiß. Aber der frisst mich nicht. Nicht heute. Nein, nein. Das wird nicht mit mir klappen. Ich bin intelligenter als du geschnattern. Ich bin ein Wissenschaftler. Also, ich habe studiert, als ich noch gelebt habe. Aber eine Feuer-Apps ist nicht intelligent. Aber... ...ist einfach stark. Geht zu stark. So, das war gut, dass wir jetzt unsere Piraten schlucken wollten. Das geht natürlich nicht. Da sind wir jetzt ein Camper, das ist ein Feuer-Apps, oder das ist ein Schnapper-Apps. So, wir sind noch nicht erwischt, das ist gut. Da müssen wir dann eine Ruhe immer noch kämpfen. Ja, da haben wir eins. Der holt, das ist Feuer-Apps. Ich mach's wieder um. Ist tot. So, wir haben unseren Kollegen gerettet. Und ich werde ihn wieder belegen. Er hat sich das verdient. Wir sind nicht schnapper. So, da ist jetzt wieder dieser Feuer-Schnapper. Die sind zu schlauber. Oh, oh, oh. Und, die ist gut. Gut, gut. Ja, die ist gut. Noch eins. Das geht aber schnell, ne? Nein. Wollte ich nicht machen. So. Warte, die Kollegen gerettet. Ja, ich habe die Gerett. So. Jetzt kommen wir mehr noch. Ich bin schnapper da. Lass meinen Kollegen in Ruhe. Ja. Ich gerettet, Kollegen. Flügelse Erbsel. Merk nicht. Ist tot. Ja, wieder belegen. Nein. Und Hilfe. Ich habe die Schnappen von oben. So. Ich sehe gerade, ich habe eine Serie von 18. Glaube ich nicht. So witzig bin ich jetzt. Hm. So. So. Oh, Erdenblume. Ich bin bestellt. Erdenblume. Der wirklich nicht zufrieden, Erdenblume. Du weißt, dass du tot bist. Also du machst das nur länger. Ja. So. Ein bisschen Heilung für unseren Dicker. Hier. So. Noch einen. Geraden. Oh, okay. Hier wird die schlaue Schnappe. Die nostarischen Beute. Die Strecke. Okay. Okay, unsere Serie ist kaputt gegangen, die 20er Serie. Ist nicht okay. Wenn es eine Sonnenblume oder eine Erfse oder eine Kartille gewesen wäre, dann... Okay, Respekt. Ah, das war eine Schnapper. Und das ist seltene. Das sind die unfassesten Dinge der Welt. Da kommt er wieder. Mano! Der hat etwas gegen mich, eh? Der will mich unbedingt gucken. Hat nur gewartet. Hat nur gewartet, Mann. Ich muss hochziehen und dann kann sich das Zeichen nicht erreichen. So, hier. Ich bin von hinten. Ich bin für den scheiße Schnapper. Da ist der Schnapper, ist das der Schnapper? Was ist die das? Keine Ahnung, das sind nur viele Schnapper. Okay, nur zwei. Aber trotz nicht viel. Jetzt haben wir einen Garten. Da ist der Schnapper, da ist der Schnapper. Da ist der Schnapper. So. Ich hoffe noch. Das ist der Schnapper. Das ist der Schnapper. Das ist nicht aber die Schnapper, oder? Doch. Das war einer. Ne, das war der nicht. Okay. So, weiter. Dann noch ein... ...Sambi. Aha. Da kommt ein Schnapper. Da kommt ein Schnapper. Die ist tot. Das war leider der nicht. Der Schnapper, der auf uns fixiert ist. Schon was gibt es in jeder Runde. Und das gibt es auch in jeder Runde. Die Camper, die oben sind und der ist tot. Der Gegner belegt. Die tapferde Sonnenblume. Der ist tot. Der darf nicht so tapfer sein. Sonst stirbst du. Ich höre, ich möchte hier oben sein. So. Äh, das ist natürlich nicht so sicher. Äh, das sind die Nerven. Hier. Warte nur auf die Schnapper. Ich sehe aber die nicht mehr. Oh, ist diese Erbsachtung da oben? Ist sie tot? Nein, ist nicht gut. Die ist tot. Äh. Dem Garten gehört uns jetzt. Ich glaube. Ja. Wir sind Katzen. Wir laufen einfach auf dem Dach. Oh, okay. Da ist ein Erbschen. Feuererbschen. Entschuldigung, tot. Hier. Partner. Habe ich Heilung für dich? Hallo. Hier, Heilung. Bitteschön. Oh, da ist einer. Was ist das denn? Ah, äh. Bärenwerfer. Bärenwerfer. Oh, okay. Da. Ähm. Ah, da ist einer oben. Kämpferplatz. Da sind zwei Erbschen oben. Ja, die habe ich nicht gesehen. Aber ich war schneller. Ja. Diese Erbschen wird jetzt wiederbelebt. Hier sind meine Freunde, die Feuererbschen. Die ist tot. Hier, das sehen wir schon noch nicht. Unbedingt. Da ist ein Erbschen oben. Das ist auch für dich. Denk ich dir. Und tot bist du. Oh, das war jetzt. Ja, ein episches Ziel. Ein episches Ziel. So, was gefällt mir so. So. Wir machen hier uns auf den Weg zum nächsten Garten. Weil ich da bin schon sicher, dass wir uns den beschnappt haben. So. Und ich mach ganz schnell Zombies hier. Eins hier. Eins hier. Und noch eins hier. Ja. Und die sind schon da. Ja. Das war so schlau von mir. Oh nein. Die macht uns so Zombies zurück. Die hat sie nicht gesehen. Die schieße aber nicht. Weil die komme ich erst. Und schon wieder waren wir schneller. Die hat so viel aufgeladen. Die ist auch gut. Ja. Nein. 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 Oh man. Das ist ein Blutbunker. Oh, das ist ein. Oh, das ist ein. Abonnente. Danke dir auch. Oh, oh. Die sind doch mit. Wir haben ja jetzt eine Bombe Ja. Hier ist meine Bombe. Und hier. Passt du? Ja. Und dein Garten ist eine Bombe jetzt? So, äh, jetzt sind wir in dem letzten, letzten, äh, Platz, wo wir die Knöpfe befinden müssen, und die Bombe, äh, äh, die Bombe, ja, so, aktivieren, aktivieren, genau. So, das machen wir gut, das sind nicht so traurig, weil der guckt mich an, der ist auch geschehen, vielleicht kriegt er mal ein bisschen mehr Schaden, aber nicht. So, hier, Hylos, ich glaube, ich müsste eigentlich reingehen und versuchen, die Bombe zu aktivieren, aber dieser Dinger, ja, es ist sinnvoll, wenn man die kaputt macht, eins kriegt man, äh, ich glaube, 250 Menschen, B, wenn der Teleporter kaputt ist, äh, dann haben wir einen Platz im Laufen, und anderes, oh, da hat sich jetzt, der wartet auch nicht, aber ich bin schlauer, ja, ich bin schlauer, genau, so schlau. So, hier noch ein Zombie, noch einer, da ist eine Erbsen, Tempen da oben, hat mich gesehen, auch hat mich gesehen, aber die ist langsam, da schießt einer, also mehr, weiß ich nicht, wer das ist. Oh, dankeschön, nett, sehr nett, sehr nett, von mir, warum, sehr dunkel, also ich seh im Dunkel hier. Ich höre eine Schnappe, genau, die Schnappe, aber, nein, wie ich gesagt habe, ich bin intelligenter als eine Schnappe, oder, oder? Nein, wiederbelebtem Schießen, das ist nicht so einfach, hä, also nicht so einfach, hä, also nicht so einfach, hier könnte ich nicht, meine, oh mein Gott. Schnapper kommt da, ich spüre mich. Die Arme wurde wieder belebt, okay, ich schaffe das, ich schaffe das, komm schon, komm schon, ich schaffe das, nein, das habe ich nicht geschafft, und ich bin tot, weil die Schnapper mich angesprochen hat, so. Nochmal, ich glaube, wir schaffen das nicht mehr, äh, wir bleiben weniger als zwei Minuten, und, ja, aber egal, das war eine gute Runde, finde ich, mit meinem Paläpologe. Okay, hier wird laut, dass die Klasse hier ein Highland sind, falls ihr angegriffen werdet, oh, und wir sind hier nur Zombies, da sind alle Pflanzen, gibt es nicht mehr, aufladen, okay, und jetzt versuchen wir ein bisschen in die Kamera anzusehen, nein, 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 ja, alle gehen in die Kamera, und da bin ich, warte, warte, bin ich da, ja, ich bin da, aber man sieht, doch da hinten, ja, 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 geschafft, für heute, gut, so, Leute, das war der Kampf von heute, 20.000, ganz schön viel, ja, ähm, gut, dann, ähm, es hat mir sehr Spaß gemacht, ich habe vier Medaillen gewonnen, 20, ja, das war dieser scheiße Schnapper, die unsere Serie kaputt gemacht hat, ansonsten war alles super, ja, ähm, dann viel Spaß beim Video angucken, und wir sehen uns, next.